WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Musik 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 Wir sprechen über die Einigung zwischen Upper-Egypten und Lower-Egypten Ober-Egypten ist in der Süd der Egypten, und Ober-Egypten ist in der Süd der Egypten, Kaira und Alexandria. Die beiden Landen waren zusammengekommen für mehr als 2,000 Jahre. Wir hatten einen King named Scorpion. Er hat sich in der Süd der Egypten geführt, und er hat den ganzen Land unter Kontrollen. Es ist der größte Ägyptische König, der mit den Doppel-Krown der Ober- und Ober-Egypten war. Jetzt können wir sehen die Unifizierung. Hier haben sie die zwei Blöden, die Blöden und die Blöden, die Blöden und die Blöden. Das ist der Süd der Süd, Ober-Egypten. Der Süd ist die Blöden, die Blöden, die Blöden. Die Blöden sind dann zusammengekommen. Ein Land und ein Land. Und die Ägypten sind unter meinen Feen. Die Ägypten sind hier unter den Feen der König. Ein Land. Die Blöden Untertitelung des ZDF, 2020